Ich sag nichts dazu zu der Frage. Rang 1, ganz klar. Boah, schwierig, schwierig. Ich weiß ganz genau, von wem die Frage kommt. Boah, die Frage ist frech. Ja gut, dann ADHS. Servus Felix. Servus. Servus. Der Mann ist natürlich noch in Trainingsklamotten gewandert, denn du kommst ja mehr oder weniger gerade von der Ellershöhe. Wir wollen aber heute nicht über das Sportliche reden, sondern natürlich ein bisschen was Privates und Abseitiges vom Felix hören in der Lila oder Weiß-Edition mit Felix. Die Fragen oder beziehungsweise das Prozedere erkläre ich natürlich nicht mehr, das ist mittlerweile bekannt. Du hast einen Joker in diesem Spiel. Und ansonsten weißt du, dass du alles beantworten musst, mein Lieber. Ich bin bereit. Sehr gut, dann starten wir rein mit der ersten Frage und die lautet wie immer Lila oder Weiß. Weiß. Fragen stellen oder Fragen beantworten? Fragen beantworten. Aufgaben sofort erledigen oder bis zur letzten Minute warten? Aha. Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich eher der Typ, der leider öfters mal bis zur letzten Minute wartet. Okay. Felix oder Alfons? Boah, die Frage ist frech. Ähm, Felix. Ja, also Alfons ist ja dein Papa, aber innerhalb der Kabine wird dann auch öfter mal Alfons gerufen. Ja, gibt schon einige, die mich Alfons rufen, das stimmt. Aber ist auch nicht schlimm. Ja. Ich wollte gerade sagen. Sportfreunde Eintracht Freiburg oder Sportclub Freiburg? Ja, Sportfreunde Eintracht Freiburg. Sportfreunde Eintracht oder TSG 1899 Hoffenheim? Sportfreunde Eintracht Freiburg. Sportfreunde Eintracht oder Freiburger FC? Auch Sportfreunde Eintracht Freiburg. Ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Sportfreunde Eintracht oder 1. FC Heidenheim? Ja, auch Sportfreunde Eintracht Freiburg. Oder Balinger SC? Ähm, doch, dann nehme ich Balinger SC. Hm, Balinger SC oder SSV Ulm? SSV Ulm. SSV Ulm oder VfL Osnabrück? Ja, SSV Ulm hat mir den Einstieg in den professionelleren Fußball die Chance gegeben und war eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Deshalb, ja, durch Ulm hat sich ja auch mein Wechsel nach Osnabrück sozusagen ergeben. Deswegen nehme ich SSV Ulm. Ja, Spatz für immer, was? Tor oder Vorlage? Tor. D-Block oder Ostkurve? Ostkurve. Der D-Block ist übrigens die Fernkurve in Ulm. Krafttraining oder Ausdauereinheit? Ähm. Ach so, wusstest du gar nicht? Sehr gut. Also zumindest hat mir das Internet das so gesagt, aber gut, dann haben wir das damit auch geklärt. Also zunächst eine Frage, Krafttraining oder Ausdauereinheit? Ähm, nehme ich das Krafttraining. 4-4-2 oder 4-3-3? Ich spiele beides gern. Habe auch gern einen Stürmer neben mir, aber die Saison spiele ich auch 4-4-3-3 und gefällt mir gut, deshalb 4-3-3. Startelf oder Joker? Startelf. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Linker Flügel oder rechter Flügel? Ja, rechter Flügel, ein bisschen mehr wie Linker. Rechter Flügel oder Zentrum? Zentrum. Passen oder Dribbeln? Passen. Tobias Rühle oder Marc Heider? Boah, schwierig, schwierig. Ja, Rühle hat mir schon auch einiges beigebracht. Heidi auch. Ich nehme Tobias Rühle. Ronaldo oder Messi? Ronaldo, 100%. Immer fern gewesen, ne? Ja, jeden Fall. Balingen gegen Oberachern oder VfL gegen Meppen? VfL gegen Meppen. Sehr gut. Ist ja bald wieder Derby-Zeit. Köpfen oder runternehmen? Runternehmen meinst du? Ball annehmen quasi? Ja, runternehmen. Ablaufen oder Grätschen? Grätschen. Gegentor oder Notbremse? Ja, Notbremse. Tango oder Salsa? Boah, beides Katastrophe bei mir. Aber dann nehme ich den Salsa. Den Salsa, okay. Sommer- oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Am Strand chillen oder aktiv sein? Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden eigentlich. Aber ja, am Strand chillen ist schon auch mal gut. So viel Urlaub im Jahr habt ihr ja tatsächlich auch nicht. Mit der Freundin oder mit den Jungs? Mit der Freundin. Haare schneiden. Bei Hartis und von Alan oder bei Kaufland? Ähm, ja, ich war jetzt öfters bei Alan. Dann sage ich Alan. Ackergaul oder Rennpferd? Ackergaul. Pommes rot oder Pommes weiß? Ähm, Pommes weiß. McDonalds oder Burger King? Boah, nach dieser Doku McDonalds. Okay. Ähm, Vapiano oder Kartoffelsalat von Scully? Boah, Kartoffelsalat von Scully. Ja, auf jeden Fall. Macht der Kumpel, ne? Ja, ist ein gutes Ding. Macht schon gut, macht schon gut. Äh, der Kartoffelsalat von Scully oder Dean und David? Kartoffelsalat von Scully. Bleibt nochmal beim Essen. Ähm, Maultaschen oder Grünkohl? Maultaschen. Süßes oder salziges Popper? Süßes. Black Music oder Schlager? Ähm, Black Music. Gibt's einen Favoriten? Ähm, ne, aber Schlager ist gar nicht so meins. Also deswegen, ja, Black Music. Ist auch eigentlich nicht so 100% meine Richtung, aber wenn ich mich zwischen beiden entscheiden muss, dann nehme ich Black Music. Zeitungen oder Online-Medien? Ähm, Online-Medien. Hörbuch oder Podcast? Ähm, Podcast. WhatsApp. Schreiben oder Sprachnachricht, Voicemail, wie auch immer. Sprachnachricht. Videospiele oder Brettspiele? Brettspiele. Tippen oder Pokern? Ähm, ja, Pokern bist du ein bisschen in der Gesellschaft und kannst ein bisschen dich mit Leuten unterhalten, deshalb nehme ich das Pokern. Äh, im Bus Pokern oder Wizard? Poker. Wizard ist aber auch schon ein Knaller. Ja, aber Poker, der versteht wir uns. Ich bin kein Wizard-Spieler, also die Jungs nehmen uns da hinten immer den Platz weg, deswegen ganz klar Poker. Okay. Ähm, PS5 oder Xbox? PS5. FIFA oder PS? FIFA. FIFA oder Warzone? Ähm, Warzone. Warzone mit den Jungs oder ein Date mit der Freundin? Boah. Wer stellt denn die Fragen, ey? Ja, ein Date mit der Freundin. So ein Salzburger hat diese Fragen gestellt. Äh, FIFA 23 Weekend League. Rang 1 oder Rang 6? Ähm, Rang 1, ganz klar. Krass, ja. Schönen Gruß an Flo Kleinhansel. Äh, Eye of Horus oder Tizona? Boah. Ich weiß ganz genau, von wem die Frage kommt. Ähm, aus einem Kumpel von Freiburg ist ein Insider, ähm, Tizona. Sind Handy-Games, ne? Genau, Handy-Games. Feiern oder chillen? Ähm, chillen. Aber wenn du mal feiern gehst, in der Sega-Bar oder im Al-Alo? Boah. Also, Hasi hat mich da mal mitten in die Sega-Bar genommen, äh, in Salzburg. Es war schon ein sehr, sehr cooler Abend, äh, habe ich mich ein bisschen verliebt, deswegen nehme ich die Sega-Bar. Oh, okay. Der hätte jetzt fast nicht mitgerechnet. Ähm, Jägermeister oder Feffi? Ähm, Jägermeister. Im Laden kaufen oder Online-Shopping? Im Laden kaufen. Das billigste kaufen oder das am besten bewertete? Ja, gute Qualität würde ich sagen. Also, wenn, wenn das billigste gute Qualität hat, dann nehme ich das, aber wenn das Bestbewertete, die bessere Qualität hat, dann das Bestbewerteste. ADHS oder introvertiert? Ja, gut, dann ADHS, ja. Ganz, ganz klar, ganz klar. Badisch oder Hochdeutsch? Ähm, ja, bisschen Akzent habe ich schon. Badisch. Minimal, rollt es noch ein bisschen, aber das ist minimal. Teutoburger Wald oder Schwarzwald? Schwarzwald. Wer nervt eigentlich mehr, Mathis oder Mario? Boah. Ähm, bei Mario und mir ist so eine Hassliebe, äh, ja, Mario nervt mich schon ab und zu. Aber ich nerv ihn auch zurück, deswegen, das passt alles. Nämlich Mario. Ich glaube, du kommst wirklich ohne Joker durch diese Geschichte. Netflix oder Prime? Ähm, Netflix. Film oder Serie? Ähm, Film, ein guter Film, ja. Ähm, zwei richtig gute Filme zur Auswahl. Smile oder Bodies, Bodies, Bodies? Um Gottes Willen. Also ganz einfach 100% Smile. Bodies, Bodies, Bodies war mit den Jungs, äh, vor ein paar Tagen im Kino. War Katastrophe. Kann ich keinem empfehlen. Und wenn du, äh, dann mal keinen Film guckst, sondern eher kleinere Videos, sind das dann eher Katzenvideos oder eher Videos von Buddy? Das ist übrigens der Hund von Hasi. Ähm, ja, Videos von, von Buddy, ja. Ich sag nichts dazu, zu der Frage, aber mal Videos von Buddy, ja. Sky oder Magenta? Ähm, Magenta. Magenta oder VfL-TV? VfL-TV, ich sitze ja hier. Ah, das wär mal gerne, Buddy, und wir kommen zum Ende. Unsichtbar sein oder fliegen können? Ähm, fliegen können. Felix, äh, ich glaube, wir haben, äh, noch gar niemals, äh, jemanden da gehabt, der so dermaßen problemlos sich durch diese Fragen durchgeschlängelt hat, äh, so gar nicht, äh, großartig überlegen musste, direkt wusste, wo er hin wollte. Vielen lieben Dank dafür. Danke für deine Zeit. Und, äh, ja, äh, auch an dich wieder das Kommando. Sag den Jungs gerne Bescheid. Es tut nicht weh. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Ich freu mich auch auf den Nächsten, der hier sitzt. Danke bei dir. Danke. Ciao. So, das war meine Folge Lila oder Weiß, ähm, die letzte Folge mit Noel seht ihr hier, ähm, und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das müsst ihr ganz schnell ändern, ähm, dann einfach hier abonnieren, und wir freuen uns auf die nächsten Videos.